Da müsstet ihr noch kurz was sagen, dass ich seh, wie laut eure Stimmen sind. Ja, hallo, hallo. Test, 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 test. Mensch! Ja. Wenn irgendjemand zu leise ist, dann... Äh, Benni, du bist Heiler, ne? Ja, ich bin Heiler. Ja! Ich bin Tank. Okay. Ich rette dir den Arsch, vielleicht. So. Äh, wohin soll ich jetzt gehen? Auf deine Festung, oder wie? Ja, auf der Flotte. Was? Was, auf der Flotte? Was? Ich seh dich nicht. Grace fragt, ist noch ein Platz frei. Wir sind leider voll. Außer es wollen noch mehr spielen, dann können wir auch ne OP machen. Aber, ja. Ja, übrigens willkommen im Stream. Ähm, ja, wir streamen PvP Level 65 auf imperialer Seite, auf T3M4. Und, Oryx ist dabei. Uh. Und, uah, Benni ist dabei. Hallo. Bin ich fast runtergefallen. So. Und, Bizor ist dabei. Der ist aber nicht im TS. Bizor. Oder Bizor. Schon gelistet? Nee, noch nicht. Soll ich mal listen? Ja, kannst du listen. Kannst du machen. Was? So, wegen perfektes Arena-Team. Was meint der denn damit? Oh, der soll noch ein bisschen üben. Ist der so schlecht? Darfst du nicht öffentlich sagen. Nicht? Weide ich nicht. So. Geht's nicht. Au. Jetzt bin ich extra Level 65 geworden. Gestern noch. Und ich hab ne coole neue Rüstung. Hier, das ist meine coole neue Rüstung. So ein Cyborg-Ding. Ist in lila, hellblau oder so. Weil ich hier auch blau bin. Ah, jetzt geht's eins aus. Und ich hab mein Spiel auf Englisch umgestellt. Also, falls sich jemand wundert. Weil ich wollte eigentlich die neue Story... Oh ja. Wolltest du auch umstellen? Wollte ich auch mal machen, um diesen geilen Baron-Totessiegel mal zu hören auf Englisch. Aber ich muss ja die ganzen 30, 50.000 GB extra nochmal runterladen. Ja, ich hab das gestern gemacht. Ich wollte eigentlich gestern dann schon spielen, aber das hat zu lang gedauert. Ich hab das gestern gemacht. So. Hi da. Hier. Guck mal. Ich hab was für dich. Ja, danke. Hey, du siehst so aus wie ich. Wieso join your child? Bin ich größer? Hallo. Hallo. Was ist da doch drin? Vizor. Vizor. Vizor oder Vizor? Vizor, bitte. Vizor. Mach dich auch mal ein bisschen lauter. Ja. Bei mir ist auch auf 20 GB plus, glaub ich. Voll angepasst. Hey, ich bin zu leise. Okay, dann muss ich mein Click-Phone machen. Hm. Hm. Also, ist noch Precision oder nicht mehr? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vorsicht, ich bewege das Mikro. So. Ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen lauter. Oh nein, Starkiller schreibt, er kann nicht mitmachen, weil er kein 65er hat. Wir sind leider eh voll. Muss ich dem einen schon sagen, der mich angeschrieben hat. Wir sind schon vier Leute. Oh, geht los. Hui. Ah. Quidditch. Quidditch. Der den Boden berührt, ist raus. Ja. Der ist Erster? Keine Ahnung. Ich bin mit Visual Letzter, glaub ich. Ich geh mal. Super. Achso, du gehst. Ah, okay. Ich probier moment mal hier die Suspekt-Idee aus, aber irgendwie hab ich noch keine Ahnung, was ich machen soll. Was? Heiler. Markieren. Das ist so groß. Ha. Hab der in Asi abgebrochen. Toll. Hat der einfach wieder volles Leben. Das ist voll ungewöhnlich, dass der mich mit Englisch anlabert. He. Nein, ich sterbe. Oh, der eine stirbt. Äh. Und ich muss mich erstmal wieder an Tank gewöhnen. Oh. Soll ich auch noch rüber gehen? Wo rüber? Oh. Da, da. Angreifen. Äh. Da hat der das. Von uns drüben. Krass. Aber dann hat der viel keiner, oder? Oh, der meint. So, heiler. Die haben zu doll Angst um mich rüber zu kommen. Ja. Oh oh. Auch so die haben zu gerade. Tank ist tot. Da oben steht die scheiß Idee. Ich hab voll nicht verstanden, was der zu mir gesagt hat. Egal. Dass die Geschützbatterie haben. Hm. Ah. Das hab ich verstanden. Die Enemy ist unbeatable. Und ich bin tot. Ich auch. Ja. Also, Craze schreibt, darf ich nächste Runde mit. Du kannst dich ja gleichzeitig listen und vielleicht ähm, kommen wir dann zusammen. Weil ich glaub, kommt das nicht aufs selbe raus, wenn wir eine Operationsgruppe machen und uns dann gleichzeitig listen? Ja. Dann werden die Gruppen nur einzeln gelistet. Oh, bei uns ja ganz viel. Ja. Zwei. Zu deinen Waffen. Also. Alright, bist du eigentlich Tank oder bist du woanders? Ich bin Dede. Okay. Ah, wir haben ja noch einen Heiler. Der ist aber gleich tot. Der ist eigentlich bei uns jemand? Ja, aber die sind bei uns. Wir jetzt. Vier? Achso. Vier sind hier. Ja, wir sind hier zu zweit. Aber hier ist nur einer. Ne, hier sind zwei. Öff. Oh, heiler. Stirb! Oh fuck. Falsche Taste. Warte! Da, Heiler! Was störst du so? Was haben sie mit dir getan? Ich hab gespottet. Nein! Nicht heilen! Nicht heilen! Oh mein Gott! Nicht sterben! Nein! Okay! Da ist noch ein Heiler, aber ich glaub, der lebt auch nicht mal so lang. What? Wie schreiben wir da so viel im Twitch Chat? Oh, die tappen bei uns. What? Oryx ist dabei! Ja, Oryx ist dabei! Schnee ist weg. So schnell komm ich da nicht hin. Ich auch nicht. Ich bin direkt hinter dir. Ah, shit. Und... Jetzt hab ich zwei an der Backe. Aber du auch. Du hast drei an der Backe. Wir sind in der Backe. Der wird er leben! Nee, das ist nämlich nicht. Ich glaube, der noch was! Come on! ich hoffe dass bald mein abo unterm weihnachtsbaum liegt dann kann ich auch endlich bis 65 spiel wir haben kein geschütz aber auch alle so negativ eingestellt ja ja sie haben mich gesehen und gleich rüber sie haben geschossen der anderen zeit da heißt einer brit näher das b ist ein scharfes es sieht voll komisch aus so rambus fragt ob ich ihn einladen kann und jetzt schon zwei also weil wie gesagt wenn ihr euch gleichzeitig liste dann könnten wir zusammen ein begeben kommen weil wir sind in der vierer der europäische schleicher die man dort dann und dann wieder wegrennen so feige oh ja die sind aus dem zu richtig keine gute erziehung jetzt nicht ja ich hab's gerade gesehen Na, immerhin haben wir einen Geschütz zurück. Also Gras krieg ich nicht alleine, wenn das zwei sind. Ja, hier sind vier, fünf, gefühlt sind tausend hier. Also zwei waren eben Gras, aber was kann sein, dass einer weggegangen ist? Dann bin wir da da. Dann kraft ich mal nebenbei. What? Achso, Oryx, ich soll dich von Afidis grüßen und von Varni. Cool, danke. Oh mein Gott. Ich geh mal in die Mitte. Wo versteckt sich ein Schleicher, wenn er darauf wartet, dass jemand kommt und zackt? Auf den Steinen. Auf den Steinen? Ja, da an der Seite. Da verstehe ich so meistens. Da bin ich jetzt hier allein. Nein, ich bin allein. So beschissene Pinkzeiten gerade. Ich springe immer von voll auf dem Spiel gar nicht. Oh, tappen die da jetzt? Hm. Nein. Die tappen. Geht weg. Na toll, verdammt. Warte, ich helfe dir. Hier hast du Schutz. Jetzt haben sie alle. Mal wieder. Mann, spiel ich gut. Ich glaube, ich habe kein Schild. Hab doch nicht so auf mich drauf, wenn ich kein Schild habe. Jetzt sind sie drei, Gras. So, wo gehen wir hin? Okay, ich helfe Ariami. Mann, warum sind hier immer so viele? Ich umhacke aus, lieber. Okay, Rambov schreibt, ihr könnt doch mal das Kree-Event zocken. Ist das gerade? Ja, das ist da. Ah. Ist das schon lange, oder? Seit gestern. Ah, seit gestern. Ich habe das, glaube ich, seit Monaten nicht mehr gemacht. Ich weiß nur noch, da gab es irgendwas, irgendwie ein PvP-Gebiet, aber sonst nur Quetz, oder? Ja, eine Operation noch. Ja. Die ist aber ganz kurz nur ein was. Okay. Hallo. Hallo. Hm, dieser Scheiß-Heiler-Stück nicht. Ja. Welcher? Stern. Der Bubli, ja, den greife ich auch die ganze Zeit an. Mega-Lenk, ey. Nein. Äh, äh, äh. Jetzt ist er an seiner Bubble. Ich bin so schwach, ich bin so schwach, ich bin so schwach. Jetzt werde ich auch noch rausgekickt, aber. Ich bin so blau, ich dachte, ich gewinne, weil ich blau bin, aber an dem. Hat nicht geklappt. Waren wir nach unten? Waren wir da hin? Ja. Ja. Bisschen unter mir. Wieso? Ja. Oh, 260.000 Schaden, jawoll. Oh, ich habe ein bisschen getankt. Ja. Bist aber im Durchschnitt. Jawoll. Das ist gar nicht traurig. Na, aber sie sind alle viele später reingekommen. Was? Afide schreibt, habt ihr gewusst, dass Wett und ein Begleiterin vom Schmuggler mal befreundet waren? Ich kenne die ganzen Begleiter gar nicht auswendig. Wett kenne ich. Ich hatte schon mal sowas geahnt, ja, weil irgendwie so ein Nebensatz mal, ich habe mir sprich, erwähnt wird, aber mal wett. Ich weiß nicht. Also ich vermute mal, dass... Ich weiß nicht, vielleicht kommt es ja irgendwann mal raus. Ich glaube, wir können inzwischen eine Operationsgruppe anmachen. Irgendwie kann ich keine Operationsgruppe machen. Ja, müssen wir auf die Flotte wahrscheinlich. Irgendjemand ist in einer. Ich bin auf der Flotte. Ja, auf die Flotte. Ich glaube, Haus zählt auch als Phase. Glaube ich. Welche Instanz hat ihr denn? Eins. Nummer eins. Bin ich zumindest. So. So, wen soll ich einladen? Ich habe hier drei Wispa, die... Kriege ich ein Lied. Ja, oder gib mir ein Lied. Oder allen. Ich sehe echt aus wie ein Schlumpf. Der blauen Rüstung. Oh ja, geil. Ach, jetzt geht es wieder. Ich lade euch gleich alle rein, sobald ich Lied habe. Ja, stimmt. Wo ist der Kante, wann eigentlich abgefliegen ist? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich muss er lernen, oder so. So, und viertes Wispa, oder? Eins, zwei, drei. Ja. Ich brauche Lied. Ich brauche Rechte. Die Schiss will Rechte haben. Äh, müsste Andrea nur, wie, irgendwie Operationsdingens gut hergeben, eigentlich. Wie ist das? Oh, so. Ja. So, ich mache mal von oben. Und... Da... Oh, jetzt habe ich den schon. Hä? Wer fehlt jetzt noch? Tornos fehlt. Ich habe so viel Scheiß im Amt Vermächtnungslager, ne? Aber wegschmeißen möchte ich es auch nicht. Merci. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, da sind so Scheiß hier, wie heißen sie, diese Kristalle. Und diese Vermächtniskristalle, diese schwarzen Violetten, da habe ich nur ein halbes Lager voll. Nur mit ganzen Stallen. Hey, die kannst du noch wegschmeißen, die kannst du auch aus der Sande holen. Ja. Ehrlich? Ja, klar. Gut, ruhig. Mal gucken. Also wenn du sie einmal eingebaut hast, bei dem entsprechenden Charakter, dann kannst du die wegschmeißen und immer wieder aus der Sande holen. Ich muss sie einmal gucken. Stimmt, schwarz-violett. Stimmt, desto an muss ich mal, kann ich ruhig ruhig schmeißen. Nikos Blaster, alles voll hier. Ja, so ein Kram. So. Fehlt da noch einer. Ähm. Tschüss. All right, soll ich, ich tu dich einfach mal auf die andere Seite, dann kannst du für die andere Seite listen. Ja. Äh. Willst du noch jemanden haben, soll ich noch was tauschen? Ja, das geht. Okay. Likes. Lock. Show. So. 69 Tonnen. Marodeur. Okay. Ja. Da ist Tornos. Der schläft. Mal wieder. So. Ähm. Ich liste für links und du listest für rechts. Bereit? Ja. Ja. Okay. Okay. Eins, zwei, drei. Auf drei oder nach drei? Fuck. Fuck egal. Irgendwas. Ich glaube es kommt nicht auf die Millisekunde an. Ja. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ja, ich hatte vorhin überlegt, ob ich mal auf Orexos logge und Mitsu dann in so ein Feuer und was reinziehe. Ja, genau. Sind dann hier alle da gerade? Nee, ne? Fast alle sind hier bei mir. Heute ist Mittwoch, ja. Mitte der Woche. Ich muss nur noch fünf Tage arbeiten und dann habe ich Urlaub. Voll gut. Oh. Ich muss. Mitte Woche noch und dann noch einen Tag. Und guck die Uhr auch noch. Nee, ich muss bis Mittwoch und Mittwochabend oder Mitternacht gucke ich dann. Und dann habe ich Urlaub. Weil ich... Was ist das für ein Wochentag? Äh, welcher? Davos. Mittwoch? Oder? Der kommt doch erst dann erst so raus. Ja, halt in Mitternacht. Also 0 Uhr 1 zählt ja dann zu Donnerstag. Na, cool. Und da wird auch, glaube ich, davor der neue Trailer zu Star Trek gezeigt. Zu einem neuen Star Trek Film. Bin ich mal gespannt. Die passens. Ja. Star Trek vs. Star Wars. Bettelt euch. Geht nix auf. Wir haben das System aber befordert. Wir haben innen weit. Ja, ich auch. Gut. Gegeneinander oder miteinander? Ja. Mal gucken. Ah, schön ist das Kriegsgebirge. Ich glaube, wir sind alle zusammen. Ja. Ariane. Ja. So, und wer jetzt der fünfte, der noch dabei ist? Vakuiti. Juggernaut. Okay. Mal gucken. Wieso nicht? Wenn wir das verlieren. Ja, drei sind nicht in Agile, das fährt nicht auf. Ja. Wir sind nicht im DS. Und ich spiele auf Englisch. Das ist mein Handicap. Genau. Das ist Handicap. Wenn wir verlieren, dann nur deswegen. Das ist Star Trek gegen Star Wars eindeutig Halo. Das verstehe ich nicht. Halo ist besser als Star Wars und Star Trek. Das weiß ich nicht. Ich habe Halo nicht gespielt. Ich nur bis zwei, glaube ich. Und dann Halo Wars nochmal. Halo Wars habe ich nochmal gespielt. Das ist ja für die Xbox und ich habe keine Xbox. Das ist doof. Achso, wer geht zum Pfeiler? Ich weiß nicht. Geht einer freiwillig? Ja, da ist. Turnus. Genau. Turnus geht freiwillig. Oh. Ich habe den mal hergezogen. Mach den tot. Oh, toll. Geh raus aus deinem Ding. Ich habe einen Heiler. Du bist parkiert. Ja, der ist bestimmt auch ein Heiler. Der hat nur noch nicht gezaubert. Ah, ja, jetzt. Ich markiere ihn. Oh, die holen ihn mal ab. Da ist noch einer. Achso, der hat schon mal getätigt. Ich habe ihn gerade markiert. Ich habe den gerade gezogen. Das hat nicht geklappt. Die Mark schreibt, danke für den Brief. Schön, dass Marco sich drüber freut. Ja, die Mark hat mir ein Oberteil für Marco geschickt, weil Marco nackt war. Jetzt ist Marco nicht mehr nackt. Das haben sie. Ich habe die Patchnote gelesen. Die haben was wollen. Wollen sie wohl irgendwie? Im Kissen haben, ne? Sind die jetzt nicht mehr alle nackt? Okay. Was haben die dann an? Nach den Festungen rumliegen steht er nicht mehr. Rumliegen? Ja, stehen. Bei dir liegen sie. Genau, noch mal wieder. Wollen wir eigentlich gewinnen oder wollen wir jetzt? Ich weiß nicht. Ideal wäre beides. Ich erzähle mich, was du als Taxi. Ich dachte, ich habe dir Schutz gegeben, aber ich glaube, ich habe sie aus Versehen weggenommen. Wir haben auch einen Tank, der verteidigt sehr ehrenhaft. So. Ich bin hier wieder ganz weit ab. Und Schluss. Du bist du. Da bist du. Da bist du. Ich bin hier. Er muss sterben. Nein. Komm schon. Mir hält er sich die ganze Zeit. So. Ich destan den da mal. ich bin gerade auf dem blitz blitzheiler 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 schluss das ist es blitzheiler 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 Die, die einen irgendwie rausholen. Das war knapp. Herr, wo ist denn der? Ich will dem Gart geben und er ist weg. Sterb! So. Na, ich bleib noch die paar Sekunden hier. Hier, Tornos kriegt Schutz. Ups. Hä, Y war doch immer Waffe ziehen. Achso, Englisch. Ah, hier ist ein unsichtbarer. Am Pfeiler. Ja, ich komme. Oh, hinter uns glaub ich tappt der. Oh, ich kann nicht. Ich werde anwalten. So. Geht weg. Da tappt wieder einer. Kann mich nicht bewegen. Ich komme. Jetzt hört's halt immer auf, so. Rückzug. Oh, ich finde mein Zlo nicht. Wo ist er? Ah. Weiß nicht, ob ich das noch reinschaffe. Ich nehme einen mit. Was? Ich auch. Bist im Haus. Ja, keine Ahnung wo ihr hingehen seid. Ich geh einfach mal... Ah. So. What? Tornos ist fast tot. Sind die wieder an unserem Pfeiler? Ja, ne? Ah. Also, zwei Leute links. Oh nein, da tappt, da tappt. Ah. Der andere ist umstunden. Was ist das? Hä? Der wird durch meinen Hass nicht abgebrochen. Wie ist das? So. Rache. Du heilst nicht. Oh. Mann, jetzt hör auf mal mich zu stunnen. Ich will auch mal Schaden machen. Da, der, da ist er wieder. Warte, ich stun ihn? So. Okay. Ist ihm scheißegal. Jetzt. Oh, ist er dran. Dann kann ich wieder sterben. Oh, ich sterbe. Leider down. So. Ich bin wieder in der Mitte. Da ist ein einsamer Ganslinger. Also, entweder es kommt zwei, äh, drei zum Pfeiler oder die verfolgen hier alle nur ein Typen. Ich geh mal gucken. Ach. Na, da ist zumindest einer. Guck, der läuft. Lauf weg. Lauf weg. Lauf nicht weg. Bleib weg. Bleib schön hier. Wow. Aber der verteilt den doch, oder? Ah, da hinten. Ja, Barriere. Da ist noch einer. Oh, da. Sie kommt zu uns. Jawoll. Huch. Oh Mann. Der hat mich zweimal hintereinander gestunt. Ja. Huch. Oh Mann. Der hat mich zweimal hintereinander gestunt. Ja. Ich hab grad überlegt, ob ihr den noch schafft, oder ob ihr alle stirbt. Ich bin ja feige reingegangen. Nein. Nein. Alle kaputt. Ne. Alle kaputt. Ne. Ich wollte grad sagen, wir locken mich jetzt in unseren Pfeiler. Aber ich bin ja... Ne. nicht heilen. Ach, er ist gestorben. Ich brauch Heilung. Ich bin hier in der Mitte. Ich hab da wieder geheilt. Ach ja, da hinten. Ja, wir haben ja schon gewonnen. Wollen wir jetzt verteilen. Wir wollen aber zerken. Wir sind das Imperium. Das Zergperium. Ja, ich hol einen Stein. Ich bleib mal beim Pfeiler, falls da wieder irgendwelche Unsichtbaren sind. Oh, das ist ja bei den Schwierigkeiten. Ich hab die dann gelöst, indem ich dann gestorben bin. Oh, Ach, Yami stirbt. Ja, jetzt bin ich allein. Was ist, wenn ich zerzählt werde? Was ist, wenn... Du hast doch Raketen. Ja, aber die haben Ladehemmungen manchmal. Wenn ich das erste Mal draufdrücke, dann lädt die ja erst mal. Dann hast du schon eine... Wenn du mir erst mal draufdrückst, hast du schon eine Rakete beladen. Na gut, 30 Sekunden. Dein Mikrofon rauscht irgendwie. Oder ich weiß nicht, wessen Mikrofon das ist. Hm, ich sterbe. So, ne Sekunden. Das reicht. Muss mal gucken. Da kommen zwei. Ah. Das ist Visor. Visor, dein Mikrofon macht Geräusche. Ja. Vielleicht lässt es auch laufen. WTF. Visor lässt laufen. Visor steht im Regen. Warte, ich mach ihn mal kurz leiser. Uh. So. Ich geb runter Kray 2 in unserer Gruppe. Dann geb ich den. So. Exit. Ja. Hätte nicht gedacht, dass wir gleich in eins zusammenkommen. In ein BG. Starkiller schreibt, warum reden jetzt alle Englisch? Ich hab das Spiel auf Englisch gestellt, weil ich die neue Story mal auf Englisch spielen wollte. Wegen Valkorion. Weil der so ne coole Stimme hat im Englischen. Und weil ich den Sprecher getroffen hab. Und dann muss ich das auf Englisch spielen. Du such mein Hauptschuss weg. Dein was? Ich hatte so ne Fähre hier hingesetzt, aber... Hm. Super. Hm. Was ist denn? Hm. Bist nicht auf der Flotte. So. Aber ich glaub jetzt können wir ja wieder listen. Hast du alles gefunden? Kannst du listen? Achso. Äh. Ich bin bereit, ja. Okay. Dann in eins, zwei, drei. So. Mal schauen, ob wir wieder so ein Glück haben. Wo sind jetzt die, 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 diese Deko-Sachen, Benni, wo du gemeint hattest? Hm. Wir sind beim... Testungs... Ähm. Bereich. Da gibt's nen Händler. Ah. Jetzt ist wieder ein Ort. Ah, okay. Hm. Geht. Wir haben innen weit. Ja. Wahre Küste. Wir haben hier auch. Ja. Mit oder gegeneinander. Wahre Küste. Und... miteinander. Yeah. Unglaublich. Sind wir die einzigen, die PvP machen oder so? Hm. Wir müssen euch alle umoperieren. Ihr müsst alle umoperieren. Ihr müsst alle blau werden. Dann passt das. Nein, ich bleibe rot. Nein, okay. Dann bist du Papa Schlumpf. Ja. Und der Rest muss ich nur umoperieren. Ja. So. Braidox ist der... Der, der nicht in unserer Pre-Med-Gruppe war. Maraudeur. Warum nicht? Der ist doch was. Sorry. So eine Frechheit. Was ist das? Ja, damit. Konfisziert. Boah. Hat der voll abgeschmatzt. Was war das? War das, äh, ein Toffee-Fee? Oder sowas? Oh, ist aber schon los. Ah, Gummifelch. Ja, fast dasselbe. Toffee-Fee schmecken besser. So. So. Na gut. Na, kann ich kein... So. Ich glaub bei dem was Lust kann. Ich geh mal hin, denn ist Westen von uns umgeschützt. Okay. Ich seh... Ich versuch grad... Ah, da ist der Heiler. Ah, jetzt bin ich tot. Oh, ich bin ein Heiler. Oh, hier ist einer. Ich hab auch einen markiert. Kommt einer... Post. Die kam grad nicht. Die Tür ist zu. Die haben ja noch nicht mal West. Oh, jetzt kommt zwei Irren. Ich glaub du überlebst es nicht, oder? Bis ich da bin. Ich... Ich... Will er zu unserem anderen Pfeiler? Siehst du das? Äh... Geschützt, was auch immer. Ach ja. Will er. Einer läuft zu unserem Dingens. Und tappt. Schön. Jetzt läuft er wieder weg. Okay. Ich depp so lang, solang keiner hier ist. Ich geh mal in die Mitte. Hier ist einer bei unserem Pfeiler da. Ich sag immer Pfeiler. Wo ist der Pfeiler? Äh? Einen Assassiner. Einen Assass-Assassiner! Ups. Das ist voll schön. Jetzt macht er mal ein Burble. Ich kann leider nicht so viel Schaden machen. Weg wohl, wenn einer kommen könnte. Und den... Ich bin gleich tot. Okay, weil der andere glaub ich kommt auch rüber. Zumindest... Sah das eben so aus. Oh, jetzt doch nicht mehr. Ich bin doch nicht tot. Ich bin gleich tot. Wo? Nach... 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 nach Best? Ja. Na gut. Hier ist sowieso ein bisschen Decke los. Best. Der tappt glaub ich grad. Ja. Aber es ist nur einer. Ja. Halt ihn auf! Ja. YOLO! Okay, dann töte ich ihn einfach. So einfach geht das. Okay. Warte ich. Da ist er wieder. Er trifft trotzdem. So. Jetzt. Ah, da kommt der Nächster. Ah, wieder muss man erwarten, dass man wieder zappen kann. Ich bin mal gestunt. Ah, okay. Ist draußen. Ach. Da kommt jetzt noch einer. Und noch einer. Ja, ich mein das. Ich stunde. Mach ich jetzt auch mal. Zack. Wird das eigentlich beendet, wenn man schauen kriegt? Dieser... Power-Testandard? Nee. Glaub nicht. Ah. Das ist ja noch ein unmarkierter Heiler. Hm. Aua. Ich seh das grad nicht im Englischen. Ist das falsch? Das ist schlimm. So. So jetzt müssen wir unsere noch. Mitte. Wohin gehen wir? Mitte ist... Eine. Eine. Na, sieht nicht gut aus. Werden das denn weniger im besten? Können wir da hingehen? Nee. Der Heiler stimmt nicht. Ja, ich will nicht alleine in die Mitte gehen, weil das schaffe ich nicht. Ach, da ist schon einer. Also zwei folgen euch sozusagen. Nein. So, wir sind jetzt zu dritt. In der Mitte. Na. Ist in seiner Barriere. Was? Hier sind zwei im Süden. Oh, das müssen sie wissen. Der Osten. Ah, nicht gut. Ich kann den Heiler nicht so oft abbrechen. Gib dich. So, jetzt wieder. Töte ihn. Komm, stirb, 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 stirb. Ja. Oh, scheiß. Ja. Ah, der ist wieder da. Der Heiler ist wieder da. Also, unsere Quote ist nicht besonders gut, bis jetzt. Das stimmt. Ich gewisse. Äh, dann geht's runter. Also soll ich jetzt ja von gehen, oder? Irgendjemand, der noch übrig ist. Wehe ist es. Das hast du jetzt besser als das Beck. Ich mag's eigentlich überhaupt nicht, Tank zu spielen in PvP. Ich finde, man muss da auf so viel achten. Mit diesem blöden Grab. Tank-Skilling und DD. Er hört auf dem Attentäter. Ohne Schild. Nee. Die kenn ich nur mit, ähm, dem Juggernaut. Mit dem Juggernaut? Ja, ich hab's noch nicht. Selbst gespielt hab ich's nicht, aber... ein... ein Kollege. Also, mit Attentäter ist richtig krass. Deswegen sind die ganzen Raiders voll mit Attentäter. Okay. Aber es ist, äh... Es ist komisch. Ja, die, gleich die erste Fähigkeit, die du bekommst, hier durch den Schutz, die bringt dir überhaupt nichts. Weil die dann nur sich aktiviert, wenn du ein Schild hast, und du hast kein Schild. So. So. Sollen wir nochmal listen? Können wir machen. Okay. Eins, zwei, drei. Tadam. Müssen wir mal gucken, wie die ganzen Sachen hier auf Englisch heißen. Das machen ja alles wieder neu lernen. Ja. Ah, der Ölteppich heißt Oil Slick. Das ist cool. So, ich wollte... Ah, da bin ich ja eh schon. Zu den Festungstypen. Bin ich mal gespannt, was es da noch alles gibt. So, keine Ahnung, wer von denen neue Sachen hat, aber... Oh Gott. Wir im Inwald. Wir auch. Wo ist's da? Ja. Das klappt ja heute. Vielleicht schaut BioWert zu und die sagen, komm, machen wir immer ins selbe Team zu tun. Das können die auch so einfach beeinflussen. Ja. Mit dem mächtigen Gott... Gott, äh... Tool. Das Matchmaking mal kurz ändern oder so. Hm. Und dann fliegt man immer so voll umständlich. In Kreisen. Du stößt dich fast im Kopf an. Ja, du fährst ja auch durch Kabel oder sowas. Glaube ich. Zero Tolerance. Hey, wieso hab ich Schutz? Ich will Schutz geben. Oh Taylor, du musst einen Handstand. Was ist, wenn ich dich stumpfe? Kannst... Kannst du was abfedern? Hm. Dann machst du einen Salto rückwärts. Genau. Ich spring dir auf die Schulter. Ja. Du kannst den Schutz ja von der wegnehmen. Hm. Ja, das muss ich immer suchen. So, hier. Oder? War das der? Ja, ne? West, 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 ost, ost. Ich geh aus. Ich lauf in den Osten. In den Sonnenuntergang. Na, links kommen drei. Ost, sind drei. Ja. Versteck mich, versteck mich, versteck mich. Entschuldigung mich. Ja. Dafür war einer rechts. Aber... Ja, näher. Massen-Spot ist raus. Was ist er denn jetzt? Ja. Da ist der Heiler, oder? Ist das ein Heiler? Er tippt einer. Ah, er ist schon markiert. Er ist markiert. Sehr gut. Ich hol ihn mal her. Also der Heiler ist dieser... Ja, der auch. Hab ich grad gesehen. Müssen wir auch markieren. So, jetzt in seiner Backel. Der hatte so viel Angst. Das ist heute. Was? Da war doch einer. Ich glaub, der ist grad gestorben. Bei mir stimmt keiner. Ja. Gott. Das war so von der Gegner. Oh, der ist noch Heiler. Ja. Ja, ja. Das ist dieser... Mehr, 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 mehr Krieger. Bin down. So, stirb. Jawoll. So, der nächste Heiler. Warte, ich zieh den weg. Komm schon. Raus aus dem Stun. Nur, die Ketten da hinten schon. Die kommen da nicht rechtzeitig hin. Die sind durch. Ah. Ist Alina auch ne Heilerin von uns, oder? Da ist noch ein unsichtbarer Brücke. Und doch locker, oder? Nee, noch nicht. Das hat der Josefa gemacht, ja. Hm. Ach. Auf der anderen Seite sind ganz viele. Andere Seite, ja. Ah. Mann, ich markier den jetzt mal. Au. Au. Diese Mitte ein, kriegt man jetzt immer viel zu spät. 90.000 Schaden und 90.000 Heiler und sowas alles. Das haben sie angefasst, ja. Weil der Schaden, glaub ich, mehr geworden ist. Ja, aber dann brauchst du dir dann nicht 90.000 Schaden entschreiben. Ich will auch heilen. Ich mag heilen viel lieber. Ich finde, ich sollte mit meinem Schlag auch abbrechen können. Auf der anderen Seite tippen sie. Also. Äh, ich komm nicht hin. Ich auch nicht. Ich bin, glaub ich, recht gut. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ach, da tippt auch einer auf links. Ich weiß. Ja, beide Heiler sind auf dieser Seite. Ich bin. Ich bin. vielleicht tot. Äh. Äh. Gibt's. Äh. Da waren Leute und wir haben es trotzdem geschafft. Da waren Leute und wir haben es auch geschafft. Ja. 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 Ey, ey. hörst du durch? Die ersten sind schon drüben. Watt? Also, vor der Barriere. Hast du euch da schon der handle durch. Ja. Na jetzt gehen sie rüber, einer, der Heiler geht rüber, hey! Down, tappen, ganz hinten. Toll, alle auf mich drauf. Tappen in der Mitte. Hier ist aber keiner mehr. Und hinten. Überall. Wir sind durch. Okay, wir sind Zombie-Agnose. Ah! Fuuuck! 40 Sekunden. Sie dürfen wenigstens nicht zum Kern kommen. Ach so, oh, ich habe Starkiller nicht bemerkt. Tut mir leid. Nicht gesehen. Hä? Das ist wieder weg. So. Brakes, tappen. Na, ich springe. Ich bin ja gleich tot. Na, komm schon. Hä? Ich bin tot. Ach so. Oh, ist egal. Ja. Ja, schaffen wir das? Durch! Wenn wir nicht ausfassen, könnten wir es schaffen, ja. Ja. Oder wenn sie ein bisschen Deutsch drehen oder so. Ist schon wieder ein Gummibärchen. Du tötest sie alle. Kann es auch laut sein. Das sind auch noch Mäuse. Mäuse? Die weißen? Nee, nee. So eine Schaumäuse mit Gummischwänzen. Ja, meine ich hier. Spitzenmäuse? Spitzenmäuse? Spitzenweißenmäuse. Spitzenweißenmäuse. Ich kann mich nicht grundsätzlich mehr machen, wenn ich in dem Zahnfeld bin hier. Ja. Ist doch dann schon getarnt. Aber ich recht nicht. Alter, wie die auf mich drauf geht. Ich weiß nicht, was du denn gemacht hast. Ist doch nichts. Ah, jetzt geht sie auf mich. Ach. Toll. Komm schon. Stirb, stirb, stirb. Hast du es hier da? Ach, das ist hier da? Ja. So. Heiler. Wo ist hier ein Heiler? Da. Hol den mal. Jetzt rennt er wieder weg. Nein, 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 nein. Nicht heilen. Brech den ab. Ah. So. Mann, ich komm nicht dazu, meinen Flächenschaden zu machen. Ich werd immer vorher gestummt. Und er ist in der Bubble. Okay. Bei mir hängt es die ganze Zeit. Obwohl ich TeamSpeak noch nebenbei mitlaufen habe. Ist echt voll nervig. TeamSpeak ist wohl schlecht. Stirb! Nein! Oh, der ist fast gestorben. Ah! Wollt ihr grad Schutz geben? Auf der anderen Seite? Mindestens einer. Da ist nämlich Markierung. Hat er hinter der Säule. Ja. Oh, ich hatte was. Ich steh auf einer Stelle. 8000 Millisekunden. Steht nicht jeder hinter der Säule? Ah, der will mich hochheben. Vergiss er das. Hör auf. Ja, die sind zwei. So. Ah! Nein, da wollte ich nicht hin. Ja, den da wollte ich eigentlich holen für euch. Dieser Heiner stirbt einfach nicht. Und Stunt die ganze Zeit. Mann! Jetzt aber! Nein! Tötet ihn! Ja, endlich! Ja, jetzt besser. Ja, jetzt besser. Mhm. Oh. Danke. Vier Minuten. Sieht schlecht aus. So. Zerfetz den. Ah! Ich konnte wieder keinen Flächenschaden machen. Hä? Der ist da hochgesprungen? Was für ein Assi. Ne, ich glaub der ist hochgesprungen, weil da oben war ein Heiler von uns. Ja, das war toll. Wir haben auch eine Hexer oder wer gesetzt hat. Wir spielen ja wirklich gerade gegen Empörung. Das ist ziemlich glücklich, dass wir da im Team sind. Ja. Stimmt. Was ist denn der jetzt? Nein! Ja. Der ist wieder da. Ja, das ist da. Einmal. Ja, das ist das. Ja, da ist der hier. Ah, nein. Es ist nämlich vorbei. Der Stern? Oder welchen meinst du? Ja, der eine ist auch. Ja, der eine wäre, wenn ich ihn nicht mal angreife. Okay. Vielleicht ist er aus Versehen auf die Tasse gekommen. Keine Sorgen hier, oder? Bist du hoch? Bitte? Was? Er rennt um die Säule. Hey, das ist mein Trick. Ja, der kommt da rüber. Das werden wir noch hinkriegen hier, bevor das Griffgebiet erinnert. Einen? Ja, er ist tot. Stunt? Ich habe nicht noch einen Stunt. Sofort küss einen Stunt rein. Ja. Noch einen Stunt. Sofort küss einen Stunt. Nein, nein. Die holen mich immer vom Himmel runter. Immer. Ach, da ist er wieder. Die Hexe. 12 Sekunden. Das können wir noch schaffen. Geht alles. Fertig. Hey, die Frau hat eine coole Stimme in Englisch. Ui, ein Stunt, doch. Ach, das ist mehr. Hat sich das Todesfeld am Ende doch noch gelohnt. Ja, dann gebe ich auch jetzt. Ja. Ja. Das machen wir mit Absicht. Ja. Die. Die machen das mit Absicht, dass wir verlieren. Wir haben jetzt schon so oft gewonnen. Jetzt dürfen wir, ups, auch mal verlieren. Dann haben wir gleich das letzte Mal gewonnen. Ich glaube, das zweite Spiel war es, ne? Ja. Du bist jetzt einmal gewonnen. Ist das jetzt neu? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das schon mal gesehen habe. Die Rakata-Stucht-Statue. Die Rakata gab's schon. Okay. Und wer von denen hat was Neues? Ich hätte doch einen Stimme eingebrochen. Warum hau ich denn? Warum ist der weg? Das reicht nicht. Geh ich auch schon? Im Schrank? Ich weiß nicht. Wollt ihr noch auf Rap oder wollt ihr nur Imp machen? Ich hab kein Rap. Ich hab auch 65. Nein. Geh ich auch nicht. Ich muss noch Home-Level. Welches Level habt ihr da noch? 36 oder so. Ich hab den diesen Rap noch hoch. Ich geb dir 10 Minuten, dann bist du 65. Ich geb dir 10 Minuten, dann bist du 65. Okay. So, dann lösen wir einfach nochmal jetzt hier. Bereit? Ich bin bereit, ja. Okay. Eins, zwei, drei. Aber du hast 15% mehr Laufs, du weißt ich. Was hab ich? 15% mehr Laufs. Deswegen kann ich dir die Änderung mit der Grenze. So, Starkiller. Starkiller ist jetzt weg. Hm. Kann ich mir schon was Neues? Oh, ich kann mir was Neues kaufen, glaub ich. Das ist ja nicht weg. Hat einer von euch schon die Elder Scrolls online gespielt? Ja. Ist das cool oder so öde? Es sieht schick aus. Ich habe schon mal Videos von gemacht. Ich glaube, die sind sogar noch oben. Ah, muss ich mir angucken. Ich glaube, realistische Gnafik ist ähnlich wie die Skyrim, würde ich sagen, nur online. Ich habe jetzt einen Code bekommen für das Wochenende. Also ab morgen so gesehen, aber ich muss das Spiel ja erstmal noch runterladen. Hm. Nö, ist auch nicht ganz gut. Ich wollte immer mal das PvP zeigen, aber ich bin nie über die Level 10 rausgekommen oder so. Oh. Ich habe schon mal aufgehört. Ah, ich kann mir was kaufen, aber ich muss dann wieder alles umdengsen, weil ich ja meine individuelle Rüstung habe. Oh, wir haben Invite. Ja, wir auch. Invite. Oh. Oh. Gegen Einer, oder? Wir haben Polster. Wir haben Arena. Ich ja. Arena. Wir sind zu dritt. Drei gegen vier. Oh. Vier gegen vier. Ja, wir sind das PvM Team. Wir haben doch alles. Ja. Nur die haben Schaden. Nur die haben Schaden. Oh. Die sind mit denen von eben in Militärm 1. Oh. Das ist doch gut. Ich glaube die haben viel Schaden gemacht. Kann das sein? Ja, die haben ganz gut gespielt. Oh, dann gewinne ich mal. Juhu. Ja, 2. Ja. Ohne uns Loser gewinnst du mal. Ja. Äh. Ja. Das ist die Ausrede. Das liegt wohl an euch. Ja, wir treiben von Käfer. Iiii. Eklig. Wen zuerst? Ja, wahrscheinlich den. Gelernten? Der Schrittnay. Hahaha. Drittnay mit Sch... Mit Schrittnay. 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 Komm, mach die Tür auf. Wir sind schon bereit. Läuft doch nicht mehr Zeit. Wieso nicht? Sind doch alle da. Ah, jetzt. Ich glaube ich muss mir mal Tankier kaufen für meine Juggernaut. Ich glaube ich muss mir mal Tankier kaufen für meine Juggernaut. Ich möchte mal meine Auszeichnung haben. Ich hab noch nie gedankt mit dem. Doch einmal. Ich finde es so schwer mit den Aufwertungen. Ich weiß überhaupt nicht was ich mit dem Jugger im Peer-Pop-Dev-Aufwertungen bin. Ich hab einfach jetzt Hälfte Absorb, Hälfte Schildwert. Keine Ahnung. Ich hab mich immer in das Veto-Cantina gerichtet. Die haben das immer reingeschrieben. Aber ich glaube... Ist das noch? Ja, hab ich auch schon geguckt. Aber das ist nur beim DVE. Ja, eben. Ich hab immer Ausdauer reingeworfen, als in mein Tank. Ja, aber irgendwie so Ausdauer. Jetzt muss ich fern sein. Wollen sie schon. Ah! Machen die dann da? Ja, Frontkämpfersteine. Huch. Er schubst mich da. Er hat geschubst. Ah, das hat mich gesagt. Oh. Das geht schnell. Ja. Ja. Ich glaub nicht. Hä? Wie ist das? Wunderbar. Ja, wie bringt Schutz auch nicht so viel, wenn du gefokust wirst? Die machen einfach eine Milliarde Schaden. Ja. Ja. Die haben ja auch nur Schadenstücken. Die sind die gesamte Stücke. Ich kann jetzt nicht ganz wegziehen. Ich hab jetzt die ganze Zeit. Das ist dann eine Tode. Ja, ich hab älter. Und das. Oh, das geht doch. Oh, jetzt geht es. Oh, wie läuft es? Sehr gut. Wir sind Loser. Wir sind Loser. Haha. Oh, jetzt geht es. Ja, die sind ja alles Special-Poses. Special... Ist das ne PvP-Gilde? Ja. Kenne ich noch gar nicht. Ich habe aber schon lange nicht mehr gespielt. Ja, guck mal, wie agiert es sich die reinlaufen? Ja, aber... Sie machen ganz viel Schaden. Ja, und ich glaube, das ist eher so was. Der ist in 0,01 Sekunden gestorben ungefähr. Ah, war doch her. Ah, war doch her. Ja, die haben es probiert. Ich auch gleich. Niemals! Niemals! Ah! Da mit dem Gesicht auf dem Boden. So, ich gebe... Arian. Was ist da unser Christ? Gar kein Problem. So, Ben schreibt Heimi zu. Hallo Ben. So, wir haben gerade... Königlich abgelost. Jetzt müssen wir warten, bis Oryx wieder draußen ist, oder? Ich komm nicht mehr raus. Was? Nie mehr. So schön raus. So, jetzt, wir warten. Und trotzdem noch kein Tor geöffnet. Aber es geht besser jetzt. Äh... Auto laufen wir noch an. So. Immerhin. Ich hab ein paar, äh... Warzone commendations. Kriegsgebietsauszeichen. Aha. Kommen wir gleich wieder. Wer war das? War das Benni? Ja, ne? Mhm. Hat sich so angehört. 900. Entscheidende Mission. Was ist das? Hm? Ich hab ein Eroberungs-Zier und hab dafür 900 Auszeichner bekommen. Kann sein. Krass. Krass. Du kriegst 1000, wenn du... äh... Lieutenant Pierce. Ja, ja. Hast du schon mal erzählt. Du kriegst auch was, wenn du sich 20 mal töten lässt. In PvP. Dann kriegst du da... den Erfolg Nadelkissen. Ich find, der beste Erfolg ist immer noch das, wenn du ein Tatooine in die Salak reinbringst. Und Rumfutter. Ja, Rumfutter. Rumfutter. Hm. Ja, das hab ich noch nicht gemacht. Ich spring nicht einfach irgendwo rein. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich das war voll zufällig. Aber man hat wirklich stoppt, wenn du noch ein Fest. Das ist voll gemein. Ja. Ich lauf während der Wartezeit einfach mal in meiner Festung rum. Oh, einer ist bei dir. Disconnected, Aurex? Ich ne. Ne, einer von deiner Gruppe. Doc... Jason oder so. Doc Jason. Kannst du mich wieder einladen? Ähm... Wer bist du jetzt? Revench. Boah. So. Jetzt noch besser equipped. Juggernaut. So. Ich hatte zu viel Geld gestern mit zu erinnern. Das hab ich alles für die Rüstung ausgegeben. Nur damit sie gut aussieht. Voll schlimm. Ja, die hätte sonst diese Standard-PVP-Ausrüstung gehabt. Und die sieht irgendwie doof aus. Oh. Hallo. Tiere sind nicht erlaubt. Was? Also da ist es stubenrein. Ansonsten gibt's hier den Kackwasserfall. Da kannst du reinmachen. Da haben schon andere Tiere vor dir reingemacht. Hä? 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 Das wird nie sauber gemacht. Deshalb stinkt sie auch schon. Mach doch mal sauber. Nein. Ich bin viel zu beschäftigt. Das bleibt einfach so. Oder ich stell hier noch so einen Gehilfen hin. Wer macht das dann? Geht das? Hab ich noch einen? Oder siehst du schon alle fast gelarft? Wo stell ich den hin? Ich stell den einfach hier hin. Ich hab einen oben. Ich behalte die auch. Oh. Da. Da. Wenn man einen zirberlig gebrochen könnte, ist er noch nicht da. So. Der putzt jetzt. Oh. Der will mit mir sprechen. Nö. Oh ja. Aber. Ich glaub ja, aber es können gut putzen, oder? Kann jemand von euch Aufwertungskirts herstellen? Nein. Nein, leider nicht. Nur. Nur die. Ähm. Ausdauer. Ich meine die Kids, also die Aufwertungsplätze. Ja. Ja. Die Kids kann ich. Wie viel willst du? Keine Ahnung. Die Mads. Bin sie denn überhaupt billiger insgesamt? Also nicht. Glaube nicht. Ich glaube lustigerweise kannst du die, wenn du sie kaufst im AH sind sie glaub ich billiger, als wenn du sie selbst herstellst wegen diesen MK10 Komponenten da. Ja. Außer du sammest ja. Weil wenn du nur diese MK10 Komponenten kaufst, die sind da schon teure alleine als das Aufwertungsgit. Deswegen hab ich die verstanden rum. Ja, weil die Leute wahrscheinlich den ganzen Tag rumlaufen werden und dann. Ja. Aber es gibt glaub ich im Moment keine Leute. Und gestern hattest du nicht eine MK8er. Ah, das blaue Wunder. Es tanzt. Aber ich glaub man kann... So, wir spielen jetzt Runde 2. What? Ja. Ja, sieben Minuten einen. Mach kurz einen Prozess, töte sie alle. Ne, wir sind leider nicht durchgekommen. Oh. Wir sind jetzt Verteidiger. Die Schaden ging besser, aber die haben... Hm, mehr Schaden gemacht. Äh, nicht unbedingt schlechter gespielt. Also der Schaden kam nicht so böse rein wie eben. So. So. So, man kann in meine Festung rein, glaub ich, weil ich grad online bin. Sollte eigentlich offen sein. Aber ich glaub Jafat hat eh den Schlüssel. Der Schlüssel zu dieser Bruchbude. Na. Der ist doch immer so schön auf dem Bildschirm, wenn du getrottet würdest. Was? Echt? Hab ich nicht... Hab ich verpasst? Nein. Nein. Es gibt keine Achter, was sollen das? Es gibt sieben, aber es gibt keine Achter. So, kann man sich hier hinfetzen auf so ein Ding? Was? Na und die tippen. Na geil. Jetzt sind's durch. Nö. Super. Toll. Da steht extra ein Stuhl. Ist doch nicht heiß. Sehr gut. Powertech sitzen nicht auf Stühlen. Sie stehen mit den Schuhen drauf. Was war das? Ja. Mal ein anderes sitzen. So. Ja. Bist du daneben stehen oder wie? Ja. Toll. So. So. Hey, ich sitz viel cooler da als du. Du bist so steif. So. Jetzt bin ich wieder raus. Aus dem PvP? Mhm. Wir haben das Tor gesprengt. Geh ich schnell. Also habt ihr gewonnen? Nee, nee. Oh. Okay. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Das sah so gut auf dem Anfang. So. Einer ist weg. Wir müssen. Achso. Ja. Ich hab nicht die Privilegie. Äh, hä? Was? Privilegium. Privilegium. La Liga. Privilegium. 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 Ja. Du musst ihn rausschmeißen. Du bist Chef. Achso. Muss ich ihn rausschmeißen? Ja. Du bist Chef. Okay. Tschüss. Was? Hä? Dann komm ich dich mal... Ah! Da! Das ist die neue Rüstung. 80k vor 1 und 2. Ich glaub sagt. Die Re... äh... Rivierrüstung. Rehbahnrüstung. Oder? Okay. Ich liste auf jeden Fall. Rax? Ja. Moment. Ich... Ja. Bereit. 1, 2, 3. 2, 3. Einbruch. Credits her... Hier gibt's keine Credits. Guck mal, ich kann mir nicht mal was Gescheites zum Anziehen leisten. Hier ist kein Stoff auf der linken Seite. Sonst kannst du vielleicht mal in diese Schatztruhe hier reingucken. Ich weiß nicht, was da drin ist. Entweder ganz viel Geld oder vielleicht das Skelett von meiner Ururoma oder so. Wie das aussieht, du bist gerade gegen dieses Dingens hier gesprungen. Gegen den Datakon-Halter. Ah, in Weid. Ja, wir auch. Enter now. Huttenball. Ja. Ja. Huttenball. Die Bälle des Hutten. Das darf ich jetzt ziehen und springen, wie ich will. Aktuell. Wollen wir so mit Gehirn spielen? Gehirn? Also mit Passen und sowas. Wäre vielleicht gut. Können sie versuchen, aber jedes Mal, wenn ich im T-S-Bett bin, sage auch, wir müssen aber mal. Und dann stehst du da drüben und rennst und sowas. Und dann funktioniert nicht. Ah, die Stimme ist voll cool im Englischen. Ja, wenn du den Ball nimmst, dann kann dann Niesa dich tanken und dann macht... Du. Wie heißt der, ja? Oh ja, aber ich mach dann jedes Fall heile heile und so. Ja, heile heile segen. Also ich glaube, ich bin am Tänkigsten. Ja. Ja, ich bin nur der blaue Tank, der zufällig nebenan steht. Den darf ich keinem Gart geben. Wem gibst du Gart? Ja, Kai. Wenn du wirklich Gartest dann, dann kannst du kein Buch geben. Ich hab dich nicht gegartet. Ja, dann, wenn ich den Ball nehme. Ach so, ja. Habt ihr einen Maro, der uns schneller mag? Hab ich mich auch gerade gebracht. Aber es ist ja nicht, ne? Nee, ah, einer. Crazy. Crazy. Aber ob der das kann? Muss er geskillt haben in seinen Funktionsfunktionen. Kannst du da? Oder er macht es hier auch aus der Reihe und dann... Also dieses Freizeit auf einmal. Crazy. Mach uns schneller. Ja, Ariyami ist schon voll schnell. Ja. Oh, jetzt hat er was gemacht. Hast du euch zu kurz da? Okay, alles gut. Ja. Ich bin gleich da. Ah. Zack. Tylon. Wer wollte? Wer was? Ich. Wo bist denn du? Ich hab keinen Oberzeil an. Warte, ich zieh dich hoch, oder? Ah, nee, okay. Äh, wo bist du? Der oben ist einer, der kann sich anspringen. Dann krieg ich auch die Fresse. Toll, ich kann dich nicht ziehen. Ist dann da? Ja. Ah. Ist gut. Lauf, 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 lauf. Verdammt. So. Drei sind... Nein! Ah. Verdammt. Ja. Da ist wieder da. Und jetzt nicht. Nein, ich will... Ja. Ja. Leider so. Die haben wieder gepasst. Nein! Ach, was, was, was! Lass mich doch mal durch, wie das Scheiß... Ich sterbe für euch! So. Ja. Heute war dabei. Es hat mein Schwert kreiselnd in der Hand. Aber egal. Was? Was machst du denn mit deinem Schwert? Ja, ich weiß auch nicht. Ah, nein. Nein. Weg. Ah, gibt's doch nicht. Oh. Ich hab keinen Stamm mehr. Okay. Okay. Neutral. Neutral. Das ist so ein Highlight-Ding. Toll. Ne, doch nicht. Ich dachte gerade. Ich bin lustig drauf. Kannst du dir das dann? Okay, ich kann dir anscheinend doch nicht sagen. Ne, haben die geworfen? Wo haben die... Die sind hier, wenn sie... Da oben, da oben. Und jetzt springt er runter. Und er ist erst durch. Nein! Okay. Ball. Da ist schon einer am Ballen. Ja. Ja. Meiner. Kannst du den durchzielwerfen eigentlich nicht den Ball? Ja. Ah! Mann, du Wichser, ey. Da hinwerfen. Da. Also, wenn du vor der Zähne stehst, da durchwerfen, so? Kannst du machen, ja. Das hab ich mich immer gefragt, aber ich hab mich nie getraut, das auszuprobiert. Du kannst die da hin... Also, wenn der da den Ball hat und du wirfst über deine eigene Linie, praktisch... ...machst du... Machen die einen Punkt trotzdem, weil die halt den Ball noch haben. Das ist schon mal passiert. Hat einer geschubst und in unser Ding zu einem hat dann für die ein Tor gemacht, sozusagen. Und mal eigentlich war. Okay. Nein! Ah, Mann! Toll, ich kann den nicht mehr ziehen. Geil. Nein, stopp! Er ist un-alles. Immun gegen alles. Funktioniert ja gut, unsere Zeit. Ja, ich kann auch. Wir sind ja gut. Ja, ich kann auch. Lassen Sie uns ohne Gehirnspiel gucken, was rauskommt. Gucken, was rauskommt. Da hab ich noch keinen Schuss gegeben. Das ist ganz schwierig. Hä? Ah. Na, 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 na. Wir sind schon wieder am Ende. Oh, ich bin voll am Ende. Na, ich schüff sie weg. Ich schüff sie weg. Ah, ich bin voll hier. Ja, voll. Ja, voll. Oh, hab ich dabei, hast du gewonnen? Ja, ich hab gewonnen. ich bin gleich tot. Mach was draus! Lebe! Wo ist er? Ich kann nicht anspringen. Wo bist du? Da oben, rechts oben. Mal hinspringen. Oh, da ist er gerade. Oh, oh. Verfehl, wie kann ich denn verfehlen? Ich denke, die... ...ding zu kurz. Will mich keiner aufhalten oder tun oder so? Ich kann dir keinen Guard geben. Na, ich versuche. Ja, weil ich gerade keinen Guard... Oh, Mann! Nein! Du hast gestunt. Sie haben den Ball. Acht Minuten noch. Nein, 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 nein! Die stehen bleiben ständig. Ich könnte kotzen. Ich hier nochmal. Ich wollte eigentlich... Als ob der nächste ist. So, wer will den Ball? Lauf rüber. Noch einen Punkt. Ja, ha, 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 ha. Wenn das zu einfach wäre. Oh. Ich geb mal dem Mauro, wenn der nicht wegrennt. Okay, ich laufe. Toll. Jetzt keiner vor mir. Ja. Nur alle hinter mir. Nur alle hinter mir. Du hast den Ball. Okidoki. Nein. Nein! Hat dir jemand schon an? Nein. Nein, nein. Ach, das ist aber noch ein Heiland. Oh, ist jetzt so weit weg. Kann so lange laufen. Hm. Toll. Immun. Steh ab. Steh ab. Ariyami, warte. Ohohoho. Ist da ne? Abstaubar. 2%. Na, toll. Ich muss passen. Die zahlen gar nicht. Töten, 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 töten. So. Ah! Wir sind wieder weg. Ja. Toll, ich bin umsonst gestorben. Ahn. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 2. 3. 3. 3. 1. Nein! Toll! Ich bin gesprungen, warum konnte ich den nicht abfangen? Ah! Fuck! Stopp! Kann jemand wegschubsen? Schubs den weg! Wie klappt das bei denen immer? Keine Ahnung. Aber die sind auch gildenmäßig unterwegs. Vielleicht haben die mehr Übung. Ich spiele schon mal im Teamspeak. Ja, ich glaube Harlequin ist ziemlich gut eigentlich. Hm? Steht da einer? Und hier ist einer. Ja. Ah, er wird gezogen. Nein, 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 nein. Oder auch nicht. So, aber der wird sicher gleich wieder irgendwie... Ja, der wird kosten. Hm, der rollt sich einfach rüber. Die haben den ja schon wieder. Boah, mit den scheiß Granaten, ne? Das... Das hört sich nicht an. Vor allem diese Falkanaten. Die sind nach Snaren und tausende Millionen, scheinbar. Weltregelbestand. Hey! Da steht wieder einer. Nee, irgendwann ist auch mal Schluss. What? Ich könnte ja wieder nicht ziehen. Der will springen. Und da muss der Tänk auch mal drängen. Ja, und jetzt ist er gesprungen. Ich bin doof. Macht ihn nicht. Na. Das stimmt, ich war ja hier direkt. Nein! Ich stecke fest! Ah, okay. So, jetzt stehe ich wieder fest. Toll. Toll, jetzt bin ich ganz... Ah, ganz wettwett. Oh, man hört ihn nicht stacke einfach. Ja, ich habe gestackt, aber dann war ich wieder ganz am Anfang. Ich glaube, ich gehe kurz aufs Klo und dann mache ich noch ein letztes BG. Gut. Für mich ist das zdoll. Ja. Ja. Guck mal. So, jetzt müssen wir die Leute unterhalten. 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 Hey, das kenne ich. Das ist Lizenz Freier. Da gibt es ja diese einer Seite. Ich glaube, du hast es auch von der. Ich höre dich jetzt nicht mehr. Nur die Musik, gell? Nur, dass du es weißt. Bangkok will auch in die Festung. Okay. Kommt alle rein. Hier ist Party. Oh, ich habe 3.000 Credits. Jawohl. Was? 3.000? Ja, 3.000. Aufwertungs-Shits sind teuer. Not quite a party. Oh, ich habe einen Achievement. Wieso das denn? Have at least five other people in your stronghold. Oh, ja, ich habe Party. Das heißt. Aber noch keine Pantapierenden. Keine was? Noch fehlen welche. Also es gibt noch einen größeren Erfolg. Ja, du kannst mit 10, dann die Hälfte, glaube ich, und dann mit 50 oder wie gut. Ich weiß, was. Weil, keine Ahnung, wie viele hier reinpassen. Das sah interessant aus. Crazy rumgeflogen. So, da ist Frank-Hoc. Jetzt kommt er mit seinem Stuhl hier rein. Erst kommt ein Tier, dann kommt ein Auto, jetzt kommt ein Stuhl. Hä, der hat die gleiche Rüstung wie Mitsu, nur in anderer Farbe. Ah, stimmt. Tanzen. Oryx, Musik. Und dann listen wir uns nochmal. So. Oh. So ein sexy Tan. So. Bereit zum Listen? Moment. Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Alle gar nicht. Was darfst du denn? Wir sind jetzt schon gelistet. Liste dich einfach extra. Was ist das? Ja, das ist so alles Musik von YouTube. Das ist kostenfrei. Bei manchen musst du den Namen nennen. In der Videobeschreibung nennen. Wo lebt der, der Muffin-Man? Toll, die anderen gucken nur zu. Oh. Voll starke Band. Ich hab kein Tanz-Outfit. Ach so. Oh. 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 Ich glaub, dann kann er eh nicht mit. Er ist noch nicht 65. Level 55. Inweit. Inweit. Oh, Biernot ist mal wieder da. Oh, Arena. Arena. Oh, jawoll. Wir nicht. Wir haben, äh... Nein. Ich mag die Vierer nicht. Oh, die haben zwei Heiler. Ja. Und Chromos ist voll der gute Heiler. Glaube ich. Ah, das stimmt. Aber. Drei gegen drei. Das ist der Todesteil. Ja. Also, ja. Oh, jetzt muss ich jetzt mit dem Teilen. Ach so. Auf wen gehen wir dann? Hetzt oder Cholera? Gute Frage. Wir arbeiten von oben nach unten. Oh, noch ein Gelehrter. Ja, der ist schon eine Weile her, ja. Ja, ja, habe ich schon öfter gesehen. Aber ich dachte eigentlich nicht, dass der Tank war. Ja, der hat noch einen, äh, 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 wie heißt das? Hier ist ein Hexer und muss auch eine Botschaft. Ah, ja, stimmt. Stimmt, okay. Stimmt, ich dachte, der war irgendwas Botschafter-mäßiges. Weil der hatte immer so... Hat der nicht sogar gehalten? Nee, ich glaube, der hat den nicht schon gemacht. Ja. Okay, wir sollen den Garten geben, ja. So. Äh, Dreader. Ja, musikalische Untermalung wird gesponsert von Oryx. Ja. Oh, dann muss ich... Meine Musik. Also, ich muss jetzt mal eine Tail-list überlegen, wie viel Mütter wird abgelistet. So, ich habe meine Musik mal ausgemacht. Ich auch. Ich auch. Jetzt, jetzt kommt nichts mehr. Nein. Jetzt Musik alle. Und ich kann jetzt nicht wirklich nichts töten. Das ist toll, ihr sollt keiner Musik. Ähm, ja. Kromos. Ah, da kommt einer freiwillig zu uns. Ja, natürlich kommt einer freiwillig zu uns. Und jetzt kommen sie alle. Ich gehen alle auf mich. Okay, ich gehe mal auf Kromos. Auf Kromos? Kromos, okay. Der hat den Weg gehabt. Okay. Ja. Äh, wir haben aber nur eine Idee, wenn wir Glück haben, reicht das nicht. Wir hätten wir aber Glück haben. Okay, dann flütt. Oh Gott, das ist so. Flütt. Yay, wir haben wieder Musik. Quatt. Ich glaube, ich kann das nicht abschliessen, weil ich das nicht höre. Oh, ja, ja. Ich. Du bist immer noch auf Flütt, oder? Ja. Bei irgendwie kriegt er keinen Schaden. Aber ich mache eh keinen Schaden, aber. Das Gefühl, das bringt nichts, dass ich auf ihn drauf schlage. Ja, so 2000 Schaden, 5000 Schaden. 5000 Mal. Unseren anderen beiden Leuten geht es nicht so gut. Äh. Ich glaube, aber Ariyami hat E-Gard von mir oder so. Oder von dir. Äh, ich habe den E-Gard mit dem Schaden. Äh. Toll, jetzt hat der E-Gard. Okay, jetzt müssen wir... wechseln. Die Heiler fangen schon an, schauen Sie mal. Aber ey, das ist echt, das ist Respekt. Das ist nicht gut. Den ist langweilig. Das ist viel gechillter so zu verlieren als anders mit Musik. Aber es ist halt unseres weislich. Ja, toll. Jetzt hat der wieder gehabt. Ich bin gleich da. Du hast gehabt, glaube ich. Basentoa. Nein, jetzt ist nicht mehr so gechillt zu verlieren. Vielleicht kann ich nicht mehr weg. Nein, hab ich nicht, weil ich keine... Da, 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 da! Der eine! Der wird wahrscheinlich gleich wieder hochgehalten, aber egal. Was? Der eine? Die haben alle Falle neben uns? Ja, der Planet hatte eben... Fast über die Hälfte weg. Ja. Da fällt's gerade mal egal. Der wird sich freuen, was er am Ende für eine Stutzzeit hat. Hm. Du hast aber nicht schon gewonnen, Oryx, oder? Achso, ja, es war gar schlecht von mir, aber haltet mal Oryx. Ja, das wird die hier einfach stun schon und dann in die Mitte rennen. Ja, das ist nicht so weit, um in die Mitte zu kommen. 17 Sekunden. Also hier zum Beispiel ist irgendein Permastun, der unterbrochen und beschadet. So gesagt. Der eine rennt schon. Ja, okay. Ja, der war zu früh. Ah, der Planung. Der Gedanke zählt. Vielleicht kann ich einen rauskriegen. Okay, ich hab voll in seine Immobilität gekriegt. Toll. Nebenwoh. Ah. Kommt das jetzt aus der Mitte wieder raus? Lebt! Hä? Der eine... Was war das? Das war klar. Was war das jetzt? Ah. Das war nur Runde 1? Oh mein Gott, ich dachte ich bin schon fertig. Mann. Ich geh gleich raus. Was? Bitte. Warum hab ich jetzt so wenig Schutz? Entschuldigung. Die haben meinen Typen nicht angegriffen. Das ist aber gemein. Den Shoin. Ja. Der Hexe. Ah. Geht schon los. So gehen wir in ein Haus rein? Ich hätte es noch nicht mehr schaffen können. Ich hab kein Medipack gezogen. Warten. Wollen wir immer reinnehmen? Ja. Einfach so, weil wir es können. Ja. Was geht's? So. Ich hab den grad gezogen, auf den du gesprungen bist. Es sind alle auf mich. Das ist jetzt okay, jetzt kann da. Oh mein Gott. Natürlich, beiden Highlighter sind direkt in der Mitte. Ah nee. Das nicht. So, Kromos hat grad keinen Gehort. Schnell! Nutzen! Jetzt ist er wieder geheilt. Der Typ, der sich gegadet hat, hat nicht einen Schaden bekommen. Ok, der hat doch einen Kick. Das sehr nicht. Oh, nochmal weg. Guck um! Tot! Nein! Was mit der Musik passiert? Das ist doch keine Playlist. Der nächste bitte. Ich bin hier gerade auf Komo. Der will sich isolieren. Jetzt will er wieder zu seinen Freunden. Vielleicht kriegen wir ja wieder weg. Nee, jetzt hat er gerade. Ganz was Neues hier. Das geht jetzt wieder so ewig. Zwei Minuten, noch zwei Minuten. Ich bin nicht in der Arena immer so ewig. Ja, da hat er auch die ganze Zeit. Ja, das sieht man schafft. Das läuft nicht aus. Nachdenke. Na dann… Das ist eine L겠zende derjenige von sich. Hä? Sind die beide Garten hier, oder? Ne, der eine hat nur Schellprobleme. Okay. Das sagt dazu aus. Aber dann versucht man Medipacks aufzuheben, was... Ja, ich habe bis jetzt noch keine benutzt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Prozentualschaden macht, oder? Vielleicht ist es so... Keine Ahnung. Ich probiere auf jeden Fall immer alles Mögliche. Weil selbst die Schutz-Bubble schützt es nicht. Ne. Du kannst auch hier keinen Schwer-Schutz mit deinem Gegner. Ja. Oh, jetzt habe ich wieder das dann ausgemacht. Was soll das? 19 Sekunden. Toll, die laufen schon in die Mitte, oder was? Ne, ne? Nein, den Kom aus, den Kom aus! Nein! Toll, einer ist schon in der Mitte. Ja, der hat Angst. Okay, wenn sie jetzt soweit weg sind. Und jetzt... ...dann ich den mal. Habe ich den schlechtes Gang gemacht? Perfekt. Oh, ich bin gleich schlau. Oh, danke. Danke. Kann ich jetzt mal einklicken? Jawoll! Habe ich doch hierher rausgekickt. Ja! Nein! Nein, 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 nein! Jetzt werden wir gleich sehen aufs Fletcher, ey. Ah. Ja. 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 Toll, der eine hat noch voll viel. Was hat der getan? Oh, Mann, Mann! Was? Der hatte noch die Hälfte. Wie hat der Hälfte überlebt? Oh, unser erster Platz hat sogar ordentlich Scham gemacht, aber es war irgendwie nicht zu sehen. Oh, du schaffst. So. Nicht nur mal so ein WG. Nö. Oh, es ist jetzt auch ganz genau 10 Uhr. Oh, ganz. Ganz? Oh nein, 10 Uhr eins. Nein! So, Starkill hat gemeint, er ist schon zweimal festgesteckt in meiner Festung. So. Ist auch tricky. Wo läufst du auch überall hin? So. Okay, 10 Uhr, mein Stream endet jetzt und ich schalte ihn ab und wenn Oryx nicht zu konzentriert ist, kann er noch Tschüss sagen und ihr auch. Tschüss. 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 Danke fürs Zuschauen und bis Freitag.